Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Mike of Jolo. Du gehst jetzt ins Bett. Ich kann aber noch. Du kannst schon! Du kannst, wenn du willst! Also, willkommen zu einer weiteren Folge Mike of Jolo. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, dass die Folgen von Mike of Jolo öfters kommen können wie einmal in der Woche. Und dann bin ich einfach heute dran. Erst noch mal. Wir spielen jetzt in der 14.0, wie ihr oben sehen könnt. Ich mache jetzt mir erstmal etwas Besonderes. Etwas Besonderes. Etwas Schwules. Okay, das kann ich nicht machen. Mir fehlt ein Leder. Was machst du machen? Ich mache einmal das und jetzt will ich noch so einen Bilderrahmen machen. Wie kann es sein, dass du so einen Tisch hast? Das ist ein Zaubertable. Ich habe Diamanten gefunden. Ich habe der Diamant Spezial gemacht. Ich habe Obsidian abgebaut. Ich habe zwei Diamanten über. Ich hatte sogar so viele Diamanten, dass ich noch eine Diamant Rüstung machen konnte. Du Cheater, oder? Ich habe nicht gecheatet. Genau. Genau. Ich habe ganz normal gefarmt. Ich gebe dir... Guck, ich habe nur drei Übrer. Ich gebe dir mal einen. Gib ihm mal zwei. Weißt du wieso? Ne? Dann kann ich mir das Offenzaubertable machen. Du Geizkragen. Du Geizkragen. Ich bin nicht so ein Geizkragen wie du. Ich habe nur einen Diamanten über. Hier. Und jetzt verpiss dich aus meinem Grundstück. Denn ich habe einen Bogen. Ich hatte ja auch noch vier. Im Gegensatz zu dir habe ich einen Bogen. Hast du gerade nicht gehört, oder? Nice. Guck mal, was... Guck mal, wer hinter dir ist. Und ich habe eine verzauberte Eisenrüstung. Und nicht eine verzauberte Dierrüstung. Darf ich das tun? Ja. Hey! Du wolltest mich killen, also von dem her? Ja. Das war mal schwer. Und da sind Zombies im Wasser. Guck, ich habe hier die Diamantrüstung. Ja, ich habe schon gefunden. Ich kann dir ja ein paar Teile geben von der Diamantrüstung. Ich gebe mir alles. Was? Ich gebe mir alles. Nein! 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 Was mache ich jetzt mit dem Redstone-Signal? Und ihr wisst, heute gibt es leider kein Tech-Repack, weil das geht ja in der Version nur nicht. Den Server kann ich leider nicht verlassen, dass ich euch zeigen kann, dass die Server jetzt auch in der 14.0 sind. sind. Ähm. Ah, da sind noch 6 Gold drin. Okay. Gold, ich kann Schwein nicht fehlen. Du, kannst du. Ja! Ich schlag Toastball drauf und das Schwein stimmt nicht. Torte Spinne. Du bist eine Torte Spinne. Ja, übrigens Leute, ich habe Anteil an Fabian seinen Bogen, denn ich habe ihm dafür sogar was gegeben. ja, aber dafür habe ich dir Lapislazuli gegeben, wie du es wolltest. Nein! Er hat mich bestochen! Es war so, ich habe ihn gefragt, ja hast du noch einen Faden? Er so, ja. Ich so, was soll ich dir dafür geben? Er ist so 3 Lapislazuli. Und er hat sogar nachher zugegeben, dass er sogar was gestohlen hat. Und wir sehen uns nach einem kurzen Cut. Das sind wir jetzt wieder zurück. Hey, wie sind die auf dem Haus gespawnt? Hm? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir hier wieder zurück. Welcome back! Okay. Manche fragen sich jetzt wahrscheinlich, wieso verzauberst du, du Scheißidiot, nicht deinen Bogen? Das liegt daran, dass ich, naja, ich möchte auf den richtigen warten. Nein, natürlich nicht. Ich möchte warten, bis ich 30 Level habe und auch, naja. Ich möchte erst mal einen Kompass, dass ich auch wieder eine Hose finde, wenn ich mal wieder so eine Farbentour mache. Mach! Darf ich kurz deinen Zauberutel benutzen? Ich benutze auch immer meine Lapis. Nein. Wieso? Weil, doch, du darfst. Mach! Ich lass dir 10 Sekunden. Hey, ich kann mich nicht laufen. Ich lass dir 10 Sekunden. Hey, ich kann mich nicht bewegen. Ich lass dir 10 Sekunden. Ich kann mich nicht bewegen. 10, 9, 1. Nega, ich kann mich nicht bewegen! Rückwärts! Lauf rück kurz. Dreh dich um und lauf rückwärts. 10, 9, 8. Also bist du in meinem Haus bis 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8. Hast du noch Glück gehabt? Wieso hast du denn hier erschwert? Achso, du hast... Achso! Was war dafür, dass du mich angelogen hast? Ey, das war... Ich hatte... Mann, lass doch meine Sachen in Ruhe! Was war dafür, dass du mich angelogen hast? Ey, hörst du, wie das schilft? Ja, halt ihr das? Wir waren gerade eben draußen zum Fußballspiel. Und wer fängt dann zu niedeln? Jetzt kannst du deine Sachen nehmen. Ich habe nur das genommen, was mir gehört hat. Was? Das Dierschwert. Ich habe dir erlaubt, einen Zaubertisch zu machen. Das Dierschwert habe ich mir selber gecraftet, du Fisch! Und nicht mit deinen Diamanten! Nein, du hattest drei Diamanten! Mehr hast du nicht gefunden! Und damit hast du dir diese Spitzhage gemacht, die hier, die da liegt. Ich habe mir noch mehr gemacht. Ich habe nicht deine Diamanten genutzt. Dann zeig's! Ja! Sorry! Deine Diamanten, ne? Hast... Habe ich dir gegeben? Ja, komm, ey! Ich wollte mir einen Zaubertisch machen, aber habe ich mir dann anders überlegt. Ja! Den bekommst du für einen Zaubertisch! Siehste, jetzt hast du deine Zeit! Jetzt hast du... Ne? Ich kann mich trotzdem nicht bewegen. Oh, schon. Keiner mag dich. Okay, ich kann dich ja nochmal töten, wenn du möchtest. Ich cheate dir ja die Sachen, wie du möchtest auch. Nein! Ich cheate... Ich habe nicht geschehen, ich habe ganz... Oh, jetzt sind alle meine Level weg, du Asi! Schon klar. Digga, Mann! Ich hatte 30 Level, du Arschloch! Weißt du nicht, du hast 12 Level gehabt. Nein! Doch, ich habe genau geguckt. Du hast 12 Level. Ey, gib mir mal dir schon zurück. Nein, bekommst du nicht. Ich such's jetzt. Dann. Da ist es nicht. Ich hab's im Inventar. Ja, gib's mir! Nein! Mann! Nein, du hast mich angelogen. Nein! Ich bin gleich tot, lass es. Weil... Ist doch nur ein Pfeil! Ich lag dich ja nicht mit meinem Geschwirt. Ach, jetzt wollen wir es also so haben! Nein! Hallo! Du hast mich gekillt! Ich hab... Jetzt kenn ich dich auch mal! Arschloch! Das ist alles von mir! Meine Level, mein... Alles einfach! Level hab ich nicht von dir! Ich hab nur das Dierschwert von dir! Mehr nicht! Wie kannst du dann auf einmal so viele Level haben? Ich hatte so viel? Als ob du 15 Level gleich hattest! Ich hatte 15 Level, hab zwei von denen bekommen! Und ich kann dir mal sagen, man bekommt nicht alle Level! Ich... Ich weiß, aber trotzdem, du hast zwei ganze Level von mir! Okay! Von mir aus! Ich verzauber dir deine ganze Rüstung und dein Schwert! Das will ich nicht mehr! Ja, siehste! Ich will's nämlich selber verzaubern! Mit den Dingen, die ich nicht hab! Ja, dein Dierschwert bekommst du auf jeden Fall nicht mehr, weil du hast mich angelogen! Du hättest, bevor du's Dierschwert begraftet hättest, hättest du's mir sagen müssen! Ich kann meine Sachen vielleicht nicht mehr mehr aufheben! Hast du! Du hast es aufgehoben! Ja! Das liegt alles noch! Bei mir liegt da nix mehr! Da hinten liegt nur was! Bei mir auch nicht! Ja, bei mir liegt's! Habe ich's jetzt eingesammelt? Na guck doch, vielleicht kann man das liegen da! Hä? Nein! Ich hab deine Sachen nicht! Okay, ich kann's nicht einsammeln! Bei mir liegt's auch nicht da! Das heißt? Ich mach... Was liegt da? Ja, alles! Ah, so ein Eisenschwert hab ich gesehen! Ich geh... Ich geh... Ich geh... Ich komm noch mal rein, bevor du anfingst zu craftnen! Hier, dein Eisenschwert! Und... Dann hab ich gesehen, dass da noch ein Fleisch lag! Wo ist's? Jetzt ist es doch, die ich spawned! Fick mich! Okay! Und? Dann hatte ich noch ne... Dann hatte ich ne Eisenrüstung noch! Da! Mit Diaspitzhacke! Diaspitzhacke hast du selber eingesammelt! Diaspitzhacke kann ich nicht craften! Ich kann vielleicht ne ganze Eisrüstung craften! Aber den Diaspitzhacke kann ich nicht craften! Weil ich hab nur einen Diaspitzhacke! Dann cheats er dir! Nein! Bist du ja selber schuld! Du hättest mir's sagen müssen! Dann hätte ich's vielleicht noch erlaubt! Aber jetzt ist so und zu spät! Mann! Was machst du überhaupt in meinem Haus? Jetzt ist mein Eisenschwert! Cheaten tu ich nicht! Das Projekt fängt ja gut an! Komm auf dem Projekt nochmal komplett neu mit dem gleichen Seed! Das war kein Seed! Ja YOLO halt! Nein! Wir fangen keine neue Welt an! Begrüßungsschlag! War nur ein Begrüßungsschlag! Wir fangen keine neue Welt an! Da! Ne, pass auf! Du bekommst meine verzauberte Eisenrüstung! Geht mir jemand dafür! Nein! Ich will da ne Scheiße! Das suchst du nicht! Ich will da ne Scheiße! 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 Außerdem waren da noch 2 Lappels Lazzuli dabei! Dann waren da noch 2 Lappels Lazzuli dabei! Dann war da noch 2 Steak dabei! Ja geh weg! Hab ich dir gegeben! 14 gekochte! Nein guck hier! Ja! Hier bekommst du! Den Rest bekommst du geschenkt! Jetzt hab ich mir Levelfarmen! Geh! Ich kann ja für dich verzaubern! Nein! Nach deiner Wahl! Mach's selber! Na gut! Dann lass dich nie wieder in meinem Haus sehen! Wer ist hier das Arschloch? Wer ist hier das Arschloch, hä? Wer hat hier seine Sachen verloren? Und wer hat mir nicht gesagt, dass er ein Diaschwert craftet? Ich! Hättest du gesagt, ja, sorry, ich hab mir ein anderes überlegt! Ich hab ein Diaschwert gecraftet! Bevor du's gecraftet hast! Dann hätte ich ja gesagt, okay, du craft halt ein Diaschwert! Dann ist halt deine Chance zum Zaubertisch halt weg! Ist ja mir scheißegal gewesen! Aber jetzt ist alles weg! Und du hast mich halt angelogen! Ja, wow, okay! Das Diaschwert ist mir eh scheißegal! Aber jetzt ist alles weg! Meine ganze Rüstung, alles war weg! Das ist grad mein Problem! Alles weg! Ich hab nicht mal mehr! Das einzige, was ich jetzt hab noch, eine Spitzhacke, ist ein Stein! Hält du mir noch! Ich weiß, was ich jetzt mach! Ich baue mir ein Haus ganz weit weg! Nein, bevor du's machst, ich geb dir noch ein Eisen! Spitzhacke! Lass es! Okay, ich lass es! Ich mach alles selber! Seht ihr? Er fängt auch noch an damit! Und jetzt will ich ihm halt alles zurückgeben! Und jetzt... Nein, das ist mir jetzt scheißegal, Labias! Schon zu spät! Ich bewinke mich auch nicht! Labus Latuli hätte ich dir ja geben können! Und du hast das Spiel übrigens verlassen! Nein, hab ich nicht! Ähm, zu liegen? Wenn ich jetzt rausfliege, ich... Wenn ich jetzt rausfliege, ich... Jetzt bin ich rausgeflogen! Weißt du, was jetzt blöde ist an diesem Update? Hm? Jetzt seh ich die Hungerleiste nicht mehr gescheit! Gibt noch! Ich weiß, es ist gescheit! Ja! Du! Ich nicht! Gesundheit! Kannst du das, wenn Leute anstatt Dings sagen... Anstatt, ähm... Wenn du hustest, anstatt Gesundheit... Äh, äh... Immer dann Gesundheit sagen! Meine Eisenordnung ist fast wegen dir kaputt, ey! Sonst ist das halt... Der Helm ist richtig kaputt! Die ist... Mann, was trifft mich bitte die ganze Zeit? Scheiße! Hexe! Hexe! Gibt die nicht! Ja, seit dem Mann... Seit dem... Die gibt's ja... Gibt's die Heilzeitung! Boah, Alter! Diese Scheiße! Was gibt's denn? Seit der Version gibt's halt Hexchen! Ey, ich hab immer noch kein einziges... Warte, wo ist die Hexe? Wo ist die Hexe? Da hinten ist die Hexe! Nein, die Hexe ist noch da hinten! Jetzt töte ich dich, du Scheißwitsch! Gib mir den Trank! Bitte gib mir den Trank! Bitte gib mir den Trank! Oh, die hat mir den Trank gegeben! Mhh, Heilungstrank! Jaaa! Bist du den Trank? Ja, Haldi, du hast sie... Du kannst ihn ruhig haben von mir! Okay, jetzt sind wir wiederquitt, okay? Ja, okay! Wenn du mir... Ja, Alter! ... mein Dia-Shirt wiedergibst... Ich kann's halt nicht abholen... Ich kann's halt nicht abholen... Mhhhh... Mhhhh... Mhhh... Mhh... Muss mir überlegen... Boing boing... Nein... Alter, die Bäume, die wuchern, ja alles zu! Den ganzen Weg! Ja, ich weiß! Hey, hast du ein Dings? Ich habe ein Spinnen-Auge. Ja, ich habe auch ein Spinnen-Auge. Genau, ich könnte ein Portal machen. Echt? Dann mach mal. Okay, mach ich. Ich kann ein Portal machen. Hey, bauen wir hier ein Hochhaus, Martin? Ist es von mir aus aus Wasser, Stein oder aus Eisen? Ja, ich farme nachher, Stein. Aus Eisen. Aus Eisenblöcken, Alter. Das übelste Eisen. Was machst du hier? Fabian, raste das mal richtig aus. Ist doch so, was macht dieser Hohensohn hier? So, mach ich mir jetzt ein Feuerzeug. So, dann bring ich meine ganze Bude ab. Okay, das habe ich nicht erwartet. So, jetzt erst mal. Nein, jetzt habe ich mein Schwert weggetan, verdammt. Was ja auch blöd ist, finde ich, man kann sein Ventil nicht lernen. Das heißt, man kann nicht das da nach oben schieben und was anderes unterholen. Ja, ja, das ist voll mean. Oder das... Erst mal schlafen gehen. Würde ich empfehlen. Mit offener Haustür. Da kann ein Baby-Zombie kommen. Baby-Zombie. Das war bei mir schon mal so. Ich habe meine... Voll viel kann, Alter. Voll viel. Soll ich dem auch einen Bogen machen? Ich habe genug. Nein, nein. So, wo soll ich das Portal machen? Nein, Creeper! Ich weiß, wohin. Genau, komm mal her zu mir. Mach das Portal. Schön hier, hier, hier hinten hin. Ich muss aufpassen, weil da kommt ein Creeper. Hier ist ein Creeper. Hier kannst du hinmachen. Dann brauchst du aber hier so eine Plattform hin. Warte, drei hoch. Eins, zwei, drei. Dann der Sand. Dann zwei breit. Eins, zwei. Dann mache ich den Sand da oben weg. Und mache hier eins, zwei, drei. Und die drei Obsidian kannst du von mir aus haben. Ich werfe sie da unten hin, dann kannst du die haben. So, wir kommen ein bisschen da. Guck, da ist die Obsidian. Kannst du ein bisschen haben. Und jetzt, bist du bereit? Halt, nein. Bist du bereit für das Portal? Nein! Wie schreit. Bist du bereit für das Portal? Bist du bereit für die Einweihung? Ich nenne dieses Portal... Geh weg da. Mach auf. Mach auf! Aber da muss ich dich anzünden. Ich nenne dieses Portal... Günther. Ja! Hast du Kopf, hast du mal? Aber der funktioniert in der Hölle nicht. Doch. Oh, Lolle. Direkt in der Burg. Du läufst okay in die eine Richtung, ich läufst okay in die andere. Okay. Alter, sofort einfach in der Netherburg. Das ist richtig krass. Ja. Da hinten ist offen. Junge! Ich hab schon was richtig Nices! Was? Netter Quarz. Netter Warzen. Bei mir ist Ende. Netter Warzen. Netter Warzen, da nehme ich mal was mit, was wir mal brauen würden. Vor allem was brauen. Wir brauchen Lohn! Wir brauchen Lohn! Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir brauchen unbedingt Lohn. Wir brauchen Lohn... Und ich essen. Lohnstock. Wir brauchen diesen Lohnstock. Und... Ja, wir brauchen Lohnstock. Diesen Lohn... Wir brauchen zwei Lohnrouten. Einen für dich und einen für mich. Das wir uns nicht immer, ne? Du weißt schon. Oder wir stellen ihn in mein... Oder wir stellen ihn in... Hallo! Oder wir stellen ihn in mein Anfangshaus, wo ich ganz am Anfang drin war. Nein. Das ist mir ein bisschen zu blöd, immer hin und her zu reden. Ja, stimmt. Ich geh mal in die Richtung. Ich geh mal hier die Treppe hoch. Ach, da ist... Und ich hab da hinten ne Truhe gefunden. Bei mir ist Ende. Bei mir ist Ende. Es ist eine Truhe! Was ist da drin? Die hast du, oder? Ähm, nein. So, vier... Feuerzeug. Vier Gold und ein Feuerzeug. Nimm das Feuerzeug mit. Da hat die nächste. Ich hab's da. Hä, ich kann ihn nicht öffnen. Wenn du ein Dias hast! Glückspilz. Äh, äh, ein bisschen nur Gold. Und zwei Feuerzeug. Soll ich die Truhe mitnehmen? Nö, ich wollt sie nicht mehr. Ich wollt sie nicht mehr nehmen. Ich muss sie nicht mit. Alter, wie Lack ich hab. Du hast gar keinen Lack. Du hast nur Lack, wenn da Dias drin sind. Pferde könnten die ja nicht auch mal hinzufügen. Loe, 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 loe. Hey! Mann! Soll ich ja auch schon dich bekämen im Kampf? Dieses scheiß Manager! Ich krieg die Krise! Jetzt bin ich tot, oder? Du kannst dich freigraben. Tod! Und? Hab ich einen Stab? Nein, hab ich nicht. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Boah, ich hab schon 16 Gold. Ich glaub, mein nächstes Haus wird aus Quarz. Geh, man kriegt übelst viel Quarz immer. Weißt du, was mein Problem ist? Weißt du, was mein Problem ist in der Burg? Was? Ist immer so dunkel. Ich seh einwandfrei. I see fire in my dreams. Ich seh fire. Da hinten ist ja wieder einer. Drauf! Zwei drauf! Verdammt! Oh, oh, ich hör Gas, nein! Du brauchst unbedingt Schneewelle. Wieso? Ich hab einen Sattel. Ist doch egal, es gibt noch keine Pferde. Aber Schweine! Ja, aber es gibt noch keine Karotten. Verdammt! Da war ein Witterfkelett! Klar gibt's Karotten. Natürlich, aber keine Karotten. Oh, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Verpiss dich, Fabian, verpiss dich, Fabian. Wieso hab ich meinen Heilrang nicht mitgenommen? Nein. Ja, ja.